Ja, hallo zusammen! Heute bin ich wieder mal ein bisschen farbig. Und zwar habe ich eine mega schöne Bordeaux-farbene Jerseyhose an von der Firma Cambio, die wirklich auch ein ganz langes Bein hat und oben einen tollen Abschluss. Also nochmal so einen, ja, praktisch zweiten Abschluss in der Hose drinnen. Die ist saugemütlich und unten etwas ausgestellt. Also ich finde, dass die ein unheimlich schlankes Bein macht. Und ich habe dazu eine tolle Bluse von 9to9 an in diesem Rot. Ich finde dieses Bordeaux mit diesem Knallrot einfach der Knaller. Und natürlich eine ganz schöne Kette wieder von Julia Affairs dazu. Finde ich ganz, ganz schön. Gerade in diesem Rot mit Schwarz kommt es richtig gut rüber. In Bordeaux habe ich natürlich auch eine kleinere oder schmälere Hose für die kleineren Frauen. Auch in einem wunderschönen Jersey mit dieser Mittelnaht vorne drauf. Also jetzt was für kleinere Frauen, die eben einfach nicht so lange Beine haben. Und dann gibt es noch eine dritte Hose aus diesem Material. Auch in diesem wunderschönen Bordeaux. Mit der Gucci-Schnalle oben. Eine Schlupfhose. Die ist auch wirklich total bequem. Und ist auch schön lang. Also ist wirklich eine tolle Geschichte. Das etwas andere Sweatshirt oder Bluse ist dieses Teilchen hier. Finde ich auch von der Farbe her sehr, sehr passend dazu. Das ist jetzt eher so ein Kirschrot. Und hat diese Wahnsinns-Puschel hier auf der Seite. Ihr könnt die Bluse waschen. Also und wieder aufhängen. Und die Puschels sind dran. Also das funktioniert ganz, ganz gut. Und ist einfach mal ein etwas anderes Blüschen. Passend dazu gibt es auch ein Kleid. Das ist ein Hängerchen. Ist man toll angezogen. Schönen Strumpf dazu. Und los geht's. Auch mit diesen schönen Puschels hier auf der Seite. Einfach mal ein bisschen was anderes. Ein bisschen neckisch. Also finde ich ganz, ganz süß. Wer es ein bisschen lauter haben möchte. Oder sportlicher. Der kriegt hier diese Cowboy-Stiefelbluse dazu. In diesem Pink mit Rot. Finde ich total witzig. Auch zu diesem Bordeaux. Ist einfach mal, ja, was anderes. Passend zu dieser Bluse habe ich hier wieder einen schönen Strickmantel bekommen. Den wir schon in anderen Farben gezeigt haben. Und jetzt hat man eben in diesem wunderschönen Pink-Rot. Der kostet 129,90 Euro und ist von Rino Pelle. Also ein tolles Teilchen. Gibt es im Moment noch in allen Größen. Müsste aber schnell sein, weil ich glaube, der wird sehr schnell weg sein. Was ich sehr schön finde, ist heuer mal ein Jeansmantel. Der hat einen Stretch drinnen, hat eine ganz tolle Länge, finde ich. Und ist angezogen. Echter Knaller. Jetzt für die Übergangsphase finde ich das einfach mega schön. Mal wieder Jeans ist ja eh ein großes Thema. Und darum habe ich gedacht, so ein Jeansmantel muss ich euch unbedingt mal hier im Video zeigen. Hat einen super Preis. Der kostet 139,90 Euro. Also für einen Jeansmantel wirklich eine gute Geschichte. Aus meiner Serie von der Bluse, die ich jetzt anhabe. Das ist ja die längere Form. Gibt es auch eine süße, kastige, kürzere Form. Also für diese hochgeschnittenen Hosen zum Beispiel ist die wirklich wunderschön. Ist eine Mikrofaserware. Wie gesagt, Firma ist 9 to 9. Kann man unten dann auch ein bisschen binden, wenn man möchte. Also ein bisschen, ja, noch kleiner verjüngen. Süßes Teilchen. Aus der Serie gibt es auch eine Hose. Da habe ich leider nur noch eine, weil die haben wir sofort verkauft. Größe M ist noch vorrätig. Wirklich süßes Höschen. So als All-Over-Anzug ganz süß zu tragen. Dann gibt es ein Shirt. Ein schönes V-Ausschnitt-Shirt aus der Serie. Das ist also auch etwas üppiger geschnitten. Gibt es auch in schönen, großen Größen. Also ein ganz tolles, rotes Shirt. Und last but not least habe ich nochmal so einen Himbeerfarbenen. Das ist jetzt ein Wollmantel. Oder, also ist eine Kunstfaser, aber hat so eine Wolloptik. Das ist wohl der richtige Ausdruck. Auch von Rino Pelle. Ein sehr schöner Zweireiher. Und süßes Futter innen mit dem Lila. Also ein süßer, kleiner Mantel für alles drüber. Und die Preise sind halt einfach sowas von cool. Der kostet 169 Euro. Ja, in diesem Himbeerrot finde ich also wirklich eine schöne Geschichte. Ja, wenn euch was gefallen hat, dann ruft uns an. Oder kommt vorbei. Oder schreibt uns eine E-Mail. Wir verschicken auch gerne und freuen uns auf eure Nachrichten. Die Jutta.